Hallo zusammen, ich bin der Fisch da und ich stehe auf dem verschneiden Zornpfortserver hier in der Lobby. Ja, hier ist still, alles ist ruhig, der Schnee dämpft. Eglige Geräusche und es ist nichts los, aber das ist nicht immer so. Manchmal geht der Hanne auf dem Zornpfortserver ein bisschen Post ab, weil es gibt jetzt eine Schneeballschlacht. Immer wieder treffen sich eine Handvoll verrückte Hanne auf dem Server und schmeißen sich gegenseitig nasskalte Schneebälle an den Kopf. Wenn es schon draußen in der Realität nicht geht, wenn es da nicht klappt mit dem Winter, dann wenigstens da eine in Minecraft auf dem Zornpfortserver. Der alte Fanserver von Zornpfortserver. Ja, da geht es dann richtig zur Sache. Musik Wenn es dich jetzt reizt, da auch mal mitzumachen bei der Schneeballschlacht auf dem Zornpfortserver, dann komm doch einfach vorbei. Spiele mit mir, spiele mit anderen User vom Zornpfortserver. Der Hanne, Mob Smasher. Oder bau dein eigenes Haus, dein eigenes Grundstück im Freebuild. Kämpfe in Hunger Games auf der Original-Aura-Karte. Oder mach einfach mit der Hanne bei der Schneeballschlacht, die sich über den Winter der Hanne durchziehen wird wahrscheinlich. Wenn es schon in der Realität draußen nicht funktioniert mit dem Schnee, dann wenigstens in Minecraft. Das ist vielleicht eine kleine Entschädigung. Kommt vorbei und händ euren Spass dabei. Macht's gut und ciao.